Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Eigentlich waren wir eine kleine Serie zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2021. Die Wahl ist jetzt gelaufen, die Koalitionsverhandlungen laufen gerade. Und ich sitze da, wo ich auch ganz am Anfang schon mal gesessen habe, nämlich beim Bundesvorstand der Arbeiterwohlfahrt. Heute ist Mittwoch, der 17. November 2021. Hallo Jens Schubert. Hallo, ich grüße Sie. Und zufrieden mit dem Wahlausgang? Ich bin zufrieden mit dem Wahlausgang. Wir müssen aber jetzt mal abwarten, wie es mit den Koalitionsverhandlungen weitergeht. Und dann zeigt es sich, was im Koalitionsvertrag steht, was die möglicherweise neue Koalition vorhat. Und da werden wir natürlich als AWO ganz intensiv schauen auf die Themen Sozialpolitik. Man hört so gar nichts aus den Koalitionsverhandlungen. Macht Sie das eigentlich auch so nervös? Ich denke die ganze Zeit, sag doch mal jemand was. Aber passiert nichts. Hätte ich gesagt, würde es mich nervöser machen, wenn ich ständig was anderes hörte. Wenn ich ständig von der Partei X eine Aussage hätte und dann von der Partei Y die gegenläufige. So ist es mir lieber. Aber wie gesagt, es zeigt sich dann im Papier, was im Koalitionsvertrag steht. Aber dass es da eine Disziplin gibt, eine Seriosität, eine Professionalität, das finde ich zunächst erstmal nicht schlecht. Im Gegenteil. Dann kommt irgendwann der Koalitionsvertrag. Der hat dann 278 Seiten oder irgendwie sowas. Wo gucken Sie zuerst rein? Zunächst glaube ich, dass er kürzer sein wird, weil ich die Hoffnung habe, dass nicht alles en detail geregelt wird, was ohnehin sich dann im wirklichen Leben anders darstellen könnte oder darstellen wird. Deshalb denke ich, dass das ein bisschen ein anderer Koalitionsvertrag werden wird. Jedenfalls ist das meine Hoffnung. Wir schauen zunächst auf die Punkte, für die wir da sind als Träger der freien Wohlfahrtspflege, als AWO. Also wir schauen auf die Sozialpolitik, auf Migration und Migrationspolitik. Wir schauen darauf, ob es einen Part gibt zum Thema Nachhaltigkeit und soziale Fragen, also die Verknüpfung von Nachhaltigkeit und den sozialen Fragen. Das ist für uns besonders wichtig, dass wir da was finden. Wir schauen auch, ist die Finanzierung dieser wichtigen Themen abgesichert, sowohl was den Haushalt im Sozialen angeht, als auch die Ausstattung der freien Wohlfahrtspflege. Da schauen wir natürlich auch hin. Kann die Finanzierung jemals abgesichert sein? Jedenfalls ist meine Meinung, dass die gegenwärtigen Finanzmittel nicht ausreichen. Und zwar, sie reichen deshalb nicht aus, weil wir enorme Aufhol- und Nachholthemen haben bei der Frage Corona. Wir haben Familien, die am absoluten Limit sind. Wir haben den Bereich der Pflege, der völlig erschöpft ist. Wir dürfen uns nicht um die Frage herumdrücken, wer es bezahlt und dass wir mehr Geld dafür brauchen. Auskömmlich, also die Frage hört sich so an, als ob man einen Menschen, der im weitesten Sinne Lobbyist ist, dem wird es vielleicht nie ausreichen. Aber so einfach gestrickt ist die AWO nicht. Sondern wir wissen schon um den Staatshaushalt, aber dass mehr Geld in das System muss. Ich glaube, das ist sogar eine sehr, sehr breite Ansicht mittlerweile. Wir haben einen Fachkräftemangel im Bereich Erziehung und Bildung, im Bereich der Pflege. Geld ist da nicht alles. Die Arbeitsbedingungen sind auch von hoher Relevanz. Aber Geld ist eben auch ein Faktor und auch ein Faktor, der etwas zu tun hat mit Wertschätzung. Und wir werden auch das Thema Geld anpacken müssen, wenn es um die Frage geht, wer trägt die Folgekosten von Veränderungen beim Klimaschutz und bei Klimafolgen, wenn wir nichts tun. Und da Verteilungsgerechtigkeit herbeizuführen, kann gelingen, wenn man Geld, so wie der Name es sagt, verteilt. Aber es muss auch mehr Geld in das System insgesamt. Können Sie das beziffern? Haben Sie das jemals ausrechnen lassen, wie viel eigentlich ins System müsste, damit es möglichst ohne Knirschen läuft? Ich mache mal ein Beispiel, wo wir es durchgerechnet haben beim Thema Kindergrundsicherung. Eins unserer Themen, das wir als Arbeit der Wohlfahrt leidenschaftlich verfolgen. Da haben wir berechnet, dass eine Vereinheitlichung der Kindergrundsicherung Milliarden kosten würde. Aber ich möchte Folgendes ergänzen. Diese Milliarden, die sind nicht etwa verloren oder nur aus Gutmenschentum, sondern sie sind bestens angelegtes Geld. Weil sie nämlich nachhaltig sind. Sie verhindern oder sie dämmen ein jedenfalls Altersarmut. Weil Armut sich immer verlängert, immer perpetuiert, wenn man sie nicht attackiert. Und deshalb ist das sehr, sehr gut investiertes Geld. Und diese Summe wird man sehr, sehr gut wieder etwas flapsig gesagt rausholen, wenn man damit Altersarmut oder Erwachsenenarmut verhindert. Ja, fließt halt auch direkt in den Binnenkonsum. Da wird sich ja kaum jemand direkt irgendwelche Aktien ausländischer Unternehmen von kaufen. Das ist auch richtig, aber wir würden noch nicht einmal, das ist ja ökonomisch argumentiert, das ist legitim, aber das würden wir gar nicht brauchen oder machen. Sondern für uns ist das sozialpolitische, also dieser Nachhaltigkeit, dieser soziale Nachhaltigkeitseffekt eigentlich schon schlagend genug. Man darf auch eins nicht vergessen, durch die Vielzahl der aktuellen Leistungen haben wir eine enorme Dunkelziffer. Also viele fragen Leistungen des Staates nicht nach, auch weil sie sich stigmatisiert fühlen. Und durch eine vereinheitlichte Kindergrundsicherung kann auch diese Dunkelziffer aufgelöst werden. Und dieses Stigmatisierungspotenzial, das es jedenfalls gibt, eingedämmt werden. Und damit wird die Zahl auch ehrlicher. Ja, weil die jetzige Zahl ist ja fehlerhaft, weil es diese Dunkelziffer gibt. Sie sagen stigmatisiert fühlen. Wenn ich mir Antragsformulare angucke, dann habe ich den Eindruck, dass diese Menschen sich nicht stigmatisiert fühlen, sondern dass sie ja im Grunde ausgeschlossen werden. Also weil teilweise verstehe ich nicht, was das Amt von mir will. Ist sowas, ich schweife jetzt sehr weit ab, aber ist das ein Problem, das sich überhaupt lösen lässt? Ich habe diese Kombination von Stigmatisierung und Fühlen deshalb gewählt, weil ich die Betroffenen in den Blick nehmen wollte. Deren Belange wollte ich in das Zentrum stellen. Dass natürlich die Hürden, die bürokratischen Hürden nicht gerade dazu einladen, berechtigte Ansprüche geltend zu machen. Das stimmt auch. Deswegen, die Vereinheitlichung wird auch dazu führen, dass man nicht x Anträge auszufüllen hat, sondern dass, wenn eine Überprüfung einmal gelaufen ist, automatisierte Kindergrundsicherungsleistungen erfolgen können nach unserem System oder nach dem, was wir vorgeschlagen haben. Was ja dann irgendwie auch so ein bisschen der Witz ist. Die Antragsformulare sind unverständlich. Darum muss die AWO kommen und Menschen beschäftigen, die den Leuten, die eigentlich Ansprüche haben, erklären müssen, was sie für Ansprüche haben. Und dann dreht sich das ganze Ding im Kreis. So ist es, wenn sie sich trauen, zu uns zu kommen. Das ist schon super dann, wenn sie das tun. Die trauen sich nicht. Naja, es wird als Makel empfunden. Man schämt sich. Und zu uns ist die Hürde etwas niedriger, als zur Behörde zu gehen. Das stimmt, weil man uns mehr vertraut an der Stelle. Und trotzdem ist es für viele nicht so einfach, berechtigte Ansprüche geltend zu machen, weil sie sich schämen. Sie sagten vorhin, wir haben aufzuholen, nachzuholen. An welchen Stellen haben wir nachzuholen und aufzuholen? Wir haben ja das Aufholpaket bei der Frage Corona gehabt. Wir haben uns gestern geäußert zum Thema Kinder in der aktuellen Corona-Pandemie und haben nochmal unterstrichen, dass das, wie wir finden, sehr gute Aufholpaket noch einmal nicht nur verlängern, sondern verstärkt werden muss. Was steht drin im Aufholpaket? Da geht es vor allen Dingen darum, Gelder freizulegen, um schulische Rückstände aufzuholen, dass man da Unterstützung bekommen kann. Wir wollen das ergänzen um sozialpädagogische Leistungen, denn es ist ja nicht nur so, dass Schüler bestimmten Stoff nicht vermittelt bekommen haben. Das wäre jetzt nun sehr hart, würde man sagen, also nur auf funktionieren, sondern es geht ja auch darum, dass pädagogische Ansätze gar nicht verwirklicht werden konnten im Homeschooling. Und da wir jetzt empörenderweise, muss man sagen, in einer vierten Welle sind, wird das ja nicht besser werden. Wir haben jetzt schon in Bundesländern Wechselunterricht wieder. Wir haben wieder Maskenpflicht. Wir haben eine Intensität des Testens in Schulen, auch in den Kitas. Also frühkindliche Bildung ist betroffen und das belastet die Kinder. Das belastet sie und deshalb müssen wir umfassender unterstützen. Und das meint eben, dass wir sagen, wir haben aufzuholen, wir haben nachzuholen in einem viel breiteren Sinne, als es jetzt schon, ich sagte es bereits, richtigerweise getan wird. Haben Sie dabei auch die Zukunft im Blick? Also ich habe, das ist noch aus der ersten Welle, als die Schulschließungen kamen, da hieß es immer, ja, für Kinder aus sozial schwachen, wobei ich den Begriff äußerst fragwürdig finde, für Kinder aus sozial schwachen Haushalten ist das die einzige Möglichkeit, eine warme Mahlzeit am Tag zu kriegen. Darum müssen die Schulen wieder aufgemacht werden. Und ich habe damals immer gesagt, Moment mal, wenn ihr doch das Problem identifiziert habt, die warme Mahlzeit, dann lautet die Lösung doch nicht Schule, sondern dann lautet die Lösung warme Mahlzeit. Guckt die AWO in einer solchen Art auch in die Zukunft auf die nächste Pandemie, dass sie da vielleicht schon einen Werkzeugkasten sich bereitlegen? Also zunächst ist für uns wichtig, dass wir nicht nur eine staatliche Institution ansteuern, sondern eins hat die Pandemie gezeigt und das wäre die Lehre auch der AWO, ganzheitlich eine Pandemie anzugreifen. Das ist ja ein Gegner. Die Pandemie ist ein Gegner von uns und wir müssen hier, oder das Virus ist der Gegner und wir müssen hier ganzheitlich angehen. Das heißt, für uns ist das Thema Familie. Also wie können wir Familien unterstützen? Losgelöst vom Schulkontext. Es gibt ja auch Familien, die haben noch Kinder in Kitaeinrichtungen und noch gar nicht in der Schule. Wir müssen auch den Hort, weil der die Nachmittagsbetreuung übernimmt, neben der Schule in den Blick nehmen. Also wir müssen ganzheitlich vorgehen und wir müssen über schulische Inhalte, sozialpädagogische, vielleicht auch Leistungen zur Pflege der Seele, um es mal etwas pathetisch zu sagen, müssen wir einbringen. Und das wird alles Geld kosten. Aber dafür machen wir uns zu stark. Sie sagten ganz am Anfang, Sie hoffen, dass der Koalitionsvertrag recht dünn wird, damit nicht so viel im Detail geregelt wird, weil Pläne ja meistens an der Realität scheitern. Was sollte denn trotzdem im Detail geregelt werden, also jetzt außer der Kindergrundsicherung zum Beispiel? Dann nutze ich diese Nachfrage, um zu konkretisieren. Mir ging es nicht darum, dass er möglichst kleines oder kurzes um der Schmalheit willen. Nein, nein, ein Handlungsrahmen und nicht eine Überregulierung im Detail. Genau, weil die Überregulierung im Detail, wenn sie dann an einem Wort scheitert, scheitert das ganze Projekt, sondern eine Zielbeschreibung wäre mir lieber. Ich habe ja da nichts zu entscheiden, aber das wäre mir lieber. Ich finde es wichtig, dass jegliches Thema in einem Koalitionsvertrag bis zum Ende durchdacht sein sollte. Das heißt, wir gehen mal weg von der Kindergrundsicherung, wir bleiben mal beim Thema Pflege und gehen auch dort weg vom Entgelt, sondern von einer Bemühung, den Fachkräftemangel zu stoppen. Dann ist es meines Erachtens wichtig, eine Analyse voranzustellen. Wir beobachten einen Fachkräftemangel und dann wird der in einem Koalitionsvertrag kurz dargestellt. Dann muss man die Maßnahmen beschreiben, mit denen man dem begegnen will, zum Beispiel auch Defizite in der Ausbildung. Also dass man zum Beispiel die Situation, dass Ausbilder keine Zeit mehr haben für die Auszubildenden, weil alles so dicht ist, das muss man auflösen. Das macht übrigens Ausbildung auch unattraktiv. Selbst wenn Leute hochmotiviert sind, wenn sie nie die Ausbilderin, den Ausbilder sehen und treffen und sich alleingelassen fühlen in dieser Phase der Ausbildung, dann werden sie auch aufgeben. Also das gehört auch dazu. Und dann kommt der letzte Schritt, dass man sagt, wer es macht, wer hat die Verantwortung zur Überprüfung, zur Umsetzung und wer es finanziert. Also von Anfang bis Ende. Das ist dann eben dieser Vielklang. Und wenn man diesen Dreiklang oder Vielklang richtig abarbeitet, wird der auch Akzeptanz haben. Dann wird es Diskussionen geben. Aber es wird Diskussionen geben, nicht ob es jemand macht, sondern wer es macht. Nicht ob es finanziert wird, sondern wie es finanziert wird. Also man ist dann schon einen Schritt weiter. Und so würde ich mir einen Koalitionsvertrag wünschen. Also durchaus konkret, aber von Anfang bis Ende durchgedacht. Was ich ganz interessant fand an der AWO ist, die AWO setzt sich fürs 1,5-Grad-Ziel ein. Warum eigentlich? Der Organisation selber kann das doch eigentlich egal sein. Weil es gibt doch immer genug zu tun für die AWO. Die AWO interessiert das deshalb, weil die Fragen der Veränderung des Klimas immer auch soziale Folgen nach sich ziehen. Wenn man den Klimawandel nicht anpackt und nicht vernünftig anpackt, so wie ich es vorhin auch bei dem anderen Thema gesagt habe, vollständig durchdacht, dann wird sich das auch besonders nachteilig auswirken auf den sozialen Sektor. Das heißt, die AWO hat neben der Überlegung, dass sie eben auch Anwältin ist für die Menschen, für die sie da ist, auch die Überlegung, dass ungeregelte Veränderungsprozesse im ökologischen Bereich zu unkalkulierten sozialen Risiken werden. Ah, dann müssten Sie doch eigentlich jubeln. Hurra, es gibt immer was zu tun. Ja, aber so eine Nabelschaube treiben wir nicht, denn für uns, also unsere Aufgaben sind vielfältig und wir werden immer genug Aufgaben haben. Stimmt, das ist in den sozialen Werten. Aber zu diesem Preis würden wir keine Aufgaben haben wollen, sondern unser Job ist es hier deutlich zu machen, dass eine ökologische Veränderung und Wende nur geben kann, wenn sie ökologisch sozial ist. Und das ist so ein Stichwort, das hört man jetzt häufiger, aber für uns ist das Erlebens oder man kann es erleben, wenn vor allen Dingen Menschen mit Armutserfahrung massive Folgen tragen. Wer ist denn von Veränderungsprozessen besonders betroffen? Das sind ja nicht die, die finanziell ausweichen können, sondern diejenigen, die in ihrer Falle stecken. Und die Zahlen sind doch erschreckend. Ich weiß gar nicht, warum man das so locker hinnimmt. Wir haben Untersuchungen, dass von fünf bis zehn Jahren Menschen mit Armutserfahrung früher sterben. Dass die Klimafolgen, Hitzeunverträglichkeit, Kälteunverträglichkeit, die Fragen der Energiekosten, dass das vor allen Dingen ärmere Menschen zu tragen haben. Ich verstehe gar nicht, dass man das gar nicht sieht. Und auch jetzt wieder von dem Thema mit der Nachhaltigkeit, wir verlieren damit auch ein Pool von Talenten. Was da in unserer Gemeinschaft für Talente schlummern, die wir einfach aufgeben, übrigens mal ganz hart gesagt, das sind ja nun nicht auch gerade die CO2-Verursacher. Also diejenigen, die am wenigsten verursachen, haben die gröbsten Folgen zu tragen. Und das sind Ungerechtigkeiten, die jedenfalls die AWO seit ihrer Gründung nicht unkommentiert lässt. Was ist das eigentlich? Warum sehen wir die nicht, die Armen, die Schwachen? Die sind ja da. Ich muss ja nur mal draußen rumlaufen, dann sehe ich die schon. Ja, heute Morgen gab es einen Bericht im Deutschlandfunk, dass in New York die Stadt sich pandemiebedingt stark verändert hat. Viele Menschen sind wohnsitzlos und jetzt kommt der Winter. Und bei uns ist es natürlich nicht ganz so gravierend, aber wir haben schon einen gewaltigen Sockel. Naja, es ist ein sozialpolitisches Thema, das ist nicht so hip. Es ist ein Thema, wo wir als Sozialverbände natürlich die Lobby darstellen, um für diese Menschen eine Stimme zu geben. Aber sie selbst sind sehr still. Wir haben vorhin über Scham gesprochen. In anderen Themen ist es so, da gibt es eine Lobby, bleiben wir mal vielleicht bei den Wirtschaftsbossen. Da gibt es eine Lobby, aber die Wirtschaftsbosse selbst reden auch sehr laut. Also da hat man einen Vielklang. Den hat man bei diesem Thema nicht. Und das Thema hat natürlich auch eine Brisanz, weil man, und das ist das dritte Mal, dass ich das sage, wie wir über Geld sprechen müssen. Das heißt, wer Armut anprangert, der wird, ohne dass er über Verteilung und ohne dass er über Geld spricht, nicht weiterkommen. Und noch einmal, selbst der stärkste Neoliberale müsste sehen, dass das nicht nachhaltig ist. Denn Armut heute bedeutet auch Armut in der Zukunft und das wird die Gesellschaft insgesamt belasten. Und die Talente, die wir verlieren, weil wir diesen Schatz nicht heben, der ist auch volkswirtschaftlich messbar. Und noch einmal, selbst wenn man gar nicht sozialpolitisch engagiert ist, diese Nachhaltigkeitsaspekte müsste man auch als der größte Neoliberale entdecken. Und müsste deshalb Armut bekämpfen. Nochmal, beim Klima. Es gibt ja, Sie sagten, es gibt Probleme in der Zukunft. Der Klimawandel wird uns Probleme bringen. Das sind Fluchtbewegungen. Wir werden, auch wenn wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, werden wir hier mehr Flüchtlinge sehen. Um die muss sich jemand kümmern. Das sind dann solche Institutionen wie die AWO. Haben Sie, ich hatte eben auch schon mal so eine Frage in die Zukunft, haben Sie sowas wie einen Prozess, der jetzt schon zehn Jahre nach vorne guckt und sagt, wir werden wahrscheinlich mehr IntegrationshelferInnen brauchen, als dass wir, ich weiß nicht, was brauchen? Also gibt es solche Planungen noch in der AWO? Oder sind Sie gezwungen, viel kurzfristiger zu reagieren? Also es gibt Analysen in diese Richtung. Also dass es diese Fluchtbewegungen wegen Wasser zum Beispiel, wegen Nahrung geben wird. Diese Analysen gibt es. Es gibt auch Analysen, wohin die Pflege steuert, wenn wir so weitermachen. Auch Analysen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Aber Pläne gibt es nicht. Ich wäre froh, wenn es die gäbe. Und zwar nicht, weil die AWO sie nicht machen will, sondern wenn sie überhaupt machbar wären. Ich glaube aber, wir müssen... Stimmt, 2015 konnte man sehen, aber geahnt hat es keiner. So ist es. Und auch die Pandemie, damit hat ja keiner rechnen können und gerechnet. Vor diesem Hintergrund ist das mit diesen langfristigen Plänen schwierig, so sehr man sie sich wünscht, weil sie Planungssicherheit natürlich geben. Andererseits sind wir ein bisschen, ich will mal sagen, als Verband trainiert mittlerweile. Durch Finanzkrise, durch 2015 und die Menschen, die zu uns geflüchtet kamen und jetzt durch die Pandemie. Also wir haben ein bisschen einen Trainingseffekt und sind dadurch robuster, was solche neuen Dinge angeht. Und wir sind auch sprechfähig. Wir können sehr genau sagen, nicht nur an welchen Stellen Geld fehlt, so einfach machen wir es uns nicht, sondern welche Instrumente wir brauchen. Wir haben, ich habe vorhin von der Presseerklärung zum Thema Kinder und Pandemie gesprochen, also welche technischen Sachen wir jetzt brauchen, welche psychosozialen Unterstützungsleistungen wir brauchen. Und sowas wird übrigens auch bei dem Thema Migration ein Thema sein. Es wird nicht nur sein, die zu uns geflüchteten Menschen materiell zu unterstützen, sondern auch dort, das sind nicht selten, nein regelmäßig Menschen, die traumatisiert sind. Und die brauchen eben Unterstützung. Und auch dort, wenn sie dann berechtigterweise in unserem Land bleiben dürfen, ist ein enormer Schatz, den es zu heben gilt, sie dann abseits stehen zu lassen, macht gar keinen Sinn. Die wollen ja arbeiten. Ich denke immer, ja, dann drück ihm doch einen Besen in die Hand und gib ihm einen Zehner. Also Mindestlohn. Ja, natürlich. Aber das war jetzt der Stammtisch. Genau, aber ja, wer berechtigterweise hier ist, und da gibt es ja auch Konzepte, da ein bisschen uns als Einwanderungs- und Zuwanderungsland etwas moderner zu positionieren. Das Stichwort Spurwechsel wird ja auch immer wieder genannt. Da bin ich auch persönlich sehr dafür, dass man da eine Offenheit zeigt, weil uns das enorm weiterbringt. Was ist das, Spurwechsel? Spurwechsel ist ein Instrument, das meines Wissens auch insbesondere in Schweden entwickelt wurde. Die Frage, wenn jemand aus dem Asylverfahren zu uns kommt, und es stellt sich heraus, man hat ja erst eine Aufenthaltsgestattung, dann gegebenenfalls im Verfahren eine Duldung. Und dann wäre an sich, wenn die Duldung ausläuft und das Asylverfahren abgeschlossen ist, stünde dann ja die Abschiebung gegebenenfalls an. Jetzt haben wir Fälle, in denen eine Duldung mehrere Jahre anläuft und man auch dort arbeitet und plötzlich kommt es zu Abschiebungen. Das sind ja sinnlose Zustände. Entweder muss man sagen, man hat rechtsstaatlich gesagt, es geht nicht. Dann muss ein Vollzug erfolgen, aber nicht nach zehn Jahren. Das ist ja auch für die Menschen unerträglich. Und der Spurwechsel erlaubt jetzt einen Übergang ins klassische, so heißt es noch, Ausländerrecht. Also in die klassischen Fragen, welche Voraussetzungen braucht man jetzt für eine Einwanderung. Und da gibt es, oder muss es unseres Erachtens nicht nur Ansätze geben für Hochqualifizierte, das ist glaube ich die Blue Card, die es auch auf europäischer Ebene gibt, sondern es muss andere Konzepte geben, die eine Offenheit zeigen. Vor allen Dingen für Menschen, die sich ja hier wunderbar integriert haben. Sie haben eben gesagt, ich habe da ja nichts zu entscheiden. Haben Sie das echt nicht? Hört Ihnen niemand zu? Wir können nur über Gespräche, über Argumente, auch wir müssen sauber alles durchrechnen, versuchen uns Gehör zu verschaffen. Wir versuchen mit Bündnissen zusammenzuarbeiten, mit Gewerkschaften, nicht zuletzt in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sind wir aktiv. Und nur mit den guten Argumenten und natürlich auch guter Öffentlichkeitsarbeit können wir überzeugen, also den Hörer hochzunehmen und sicherlich Gespräche wird man immer bekommen und Menschen werden, also auch Regierende werden immer sehr freundlich mit uns sein. Das ist gar keine Frage. Und da sind auch gute Kontakte. Wir kämpfen ja an vielen Stellen gegen Einflussnahme von Einzelinteressen. Wir haben nun ein Bündel an Interessen, das unterscheidet uns. Von reinen Lobbyverbänden, aber gleichwohl käme uns das nicht zu. Ich will aber eins sagen, womit wir auch überzeugen. Wir überzeugen auch damit, dass wir uns an die eigene Nase packen. Wir hatten eben das Thema Klima und wir sind seit Jahren dabei zu überlegen, wie wir das in unseren Einrichtungen ca. 18.000 umsetzen können. Da ist ein Projekt klimafreundlich pflegen. Und mal eine Sendung zugemacht. Genau, dass wir auch versuchen, beim Thema Ernährung regional und saisonal, wir haben ja viele, viele Küchen in unseren Einrichtungen, dass wir dann einen Beitrag leisten. Wir haben Liegenschaften, die wir nutzen können für, und haben das auch schon begonnen, für Solargeschichten. Dass wir Wärmedämmung, das kostet natürlich alles Geld. Dafür brauchen wir auch Unterstützung staatlicherseits. Aber wir nehmen auch eigenes Geld in die Hand. Das heißt, man wird nur dann glaubwürdig, wenn man auch selbst das lebt und umsetzt. Wie schaffen Sie diesen Balanceakt zu sagen, wir haben hier Geld, ich baue davon jetzt eine Solaranlage oder ich dämme davon jetzt eins unserer Gebäude oder ich stelle noch ein bisschen mehr Personal ein, um die Belastung ein bisschen zu mindern? Diese Balance ist nicht einfach. Es kommt auch sehr auf die jeweilige Situation vor Ort an. Also wenn die Not am drängendsten ist, wird man sicherlich eher neues Personal einstellen. Allerdings Personal wird ja auch anders gefördert als solche einmal baulichen Maßnahmen. Das heißt, es kann vor diesem Hintergrund attraktiv sein, auch bauliche Maßnahmen einzuleiten. Und die baulichen Maßnahmen haben ja nicht nur den ersten Effekt, klimafreundlich zu sein, sie haben ja auch den Effekt, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Also nicht so heiße Büros, gut heizbare Büros im Winter. Ja, wir versuchen für als Arbeitgeberin überall ein Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen. Wir haben eben familienfreundliche Arbeitsbedingungen und solche auch baulichen Maßnahmen, die eben dafür sorgen, dass man sich im Winter nicht kaputt schwitzt. Und das gehört eben auch dazu. Abgesehen vom Argumentieren, hat die AWO irgendeinen Hebel eigentlich in der Hand, um, ich sag mal, proaktiv für Verbesserungen zu sorgen? Was weiß ich, AWO-Generalstreik bundesweit. 300.000 Menschen treten in den Ausstand. Wäre sowas denkbar? Wir haben natürlich kein Streikrecht, das haben nur die Gewerkschaften in Deutschland, das ist auch gut so. Aber wir haben natürlich neben der Öffentlichkeitsarbeit, haben wir auch die Möglichkeiten, mit Menschen zu reden. Ich habe vorhin von den 18.000 Einrichtungen gesprochen. Da treffen wir auf ganz viele Angehörige, Eltern, auf Menschen, die dort selbst in den Einrichtungen sind, also Menschen, die pflegebedürftig sind. Mit denen können wir auch sprechen. Die Menschen haben sich ja entschieden für eine AWO-Einrichtung. Manchmal, weil es die einzige ist in der Region, ja, aber manchmal auch im Vergleich zu anderen Einrichtungen. Und dann kann man auch diese Menschen anschauen und sagen, wir haben die fünf großen Werte, die versuchen wir auch zu leben im Tagtäglichen. Und das bringt dann auch Überzeugung. Dann sind das Multiplikatoren, erst auf der kommunalen Ebene. Diese Kernearbeit gilt es zu erfüllen. Wir können also nicht auf den Knopf drücken und irgendwas Spektakuläres machen. Für mich ist das Spektakulärste schon der Podcast mit Ihnen. Wir hatten ganz am Anfang mit den Koalitionsverhandlungen angefangen. Aber es wird darauf hingearbeitet, eine sogenannte Ampel zu haben, aus SPD, Grünen und FDP. Angenommen, das Ding platzt und es wird eine ganz andere Koalition, es wird vielleicht Neuwahlen geben oder so. Ist das für die AWO überhaupt relevant? Ändert sich dann irgendwas an Ihren Standpunkten? Erstmal möchte ich mir dieses Szenario gar nicht vorstellen. Da wird mir ja ganz, ganz schlecht. Und vor allem das Wort Neuwahl, das finde ich noch schrecklicher. Also dazu, glaube ich, wird es nicht kommen. Und die gezeigte Seriosität und Disziplin spricht ja sehr dafür, dass es zu einer Ampel kommt. So, das erstmal vorweg. So, und natürlich sind die Rahmenbedingungen entscheidend. Gibt es eine Koalition, die sich auch zu den sozialen Fragen bekennt, die vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle sozialen Fragen in den Mittelpunkt bringt? Wir hatten vorhin das Thema Kindergrundsicherung. Bei allen drei Parteien ist dieses Thema jedenfalls in den Wahlprogrammen verankert gewesen. So, und darauf kann man doch aufbauen und kann sagen, also ihr habt euch selbst zu dem Thema bekannt. Gut, in den Details wird es Diskussionen geben, aber über das Ob reden wir nicht mehr. Deswegen ändert sich schon etwas, wenn das in einer anderen Konstellation überhaupt keine Rolle mehr spielte. Und es geht auch um Menschen. Es geht auch um Personen. Wer wird das Familienministerium besetzen? Wer wird das Arbeitsministerium besetzen? Wie hat man dort, findet man dort Gehör mit seinen Themen? Sind das Personen, die um die soziale Dimension in unserem Gemeinwesen wissen? Oder werden da Leute geparkt, die irgendwo halt untergebracht werden müssen? Und das Letzteres sehe ich bei der Ampel nicht und würde ich mir aber bei anderen schrecklichsten Konstellationen vielleicht vorstellen können. Ministerinnen und Minister, aus Ihrer Perspektive jetzt, sind die eigentlich wirklich so wichtig, so mächtig, oder ist es eher der Apparat unter denen? Nicht umsonst spricht man davon, ob eine Person ministrabel ist. Nein, die Leitung eines Hauses bestimmt schon wesentlichen Leitplanken und trifft auch Entscheidungen, die das Haus vorbereitet, aber manchmal auch nicht treffen kann. Sondern da muss es dann die Ministerin machen, der Minister machen, der es dann auch am Kabinettstisch durchdrücken muss. Und deswegen kommt es auf diese Menschen an. Und deswegen gucken ja auch alle, nachdem die Inhalte so seriös bearbeitet werden, darauf, dass auch bei der Personalauswahl geschaut wird, dass es nur die Besten sind, die dann die Ministerien bekommen. Da hatten wir ja in der vergangenen Bundesregierung, ohne jetzt Namen zu nennen oder Ressorts zu nennen, auch andere Fälle. Erklärungsbedarf. Ja. Jens Schubert, vielen Dank. Gerne, vielen Dank. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Unseren Podcast Deutschland, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst du das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Und ich bin Holger Klein, du kannst das, gibt es ab sofort einmal im Monat. Untertitelung des ZDF, 2020